Am heiligen Abend darf ich euch hier wieder bei FIFA 15 im Karrieremodus begrüßen und ja, vielleicht ist es auch ein kleines Weihnachtsgeschenk, weil ich wurde ja schon angefragt, wann mal wieder FIFA 15 kommt und ja, jetzt mach ich das mal und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ähm, das ist meine Aufstellung für das Spiel heute und ich bin gespannt. Wir spielen gegen den SC Freiburg und ich hab die, ja, nach euren, ähm, Wünschen die Schwierigkeitsstufe auf Weltklasse einmal hochgestellt. Mal schauen, wie wir uns dann mal schlagen. Ich denke mal, immer noch gut, denn es wird, finde ich, nichts ändern. Ich werde immer noch Vollgas geben. Ähm, fortgeschrittenes Dribbeling mit Ilias Kachunga, da bin ich mal gespannt. Kanadat? Natürlich Kanadat. Natürlich. Kachunga, unser Top-Torschütze, ne? Nee, schaffe ich das? Schaffe ich das? Hm. Ich hab jetzt keinen Bock da drauf. Ich mach jetzt hier das... Och nee, es regnet. Och nein, Regen ist immer doof. Regen ist immer scheiße, weil dann leckt's eigentlich, aber so, zunächst mal, äh, merke ich keine Lecks. Es ist, es läuft flüssig. Finde ich ganz gut. Aua. Das war ein bisschen Aua. Schade, aber auch. Och, die Frames sind auch alle konstant. Nicht so wie bei den neuartigen Spielen wie Assassin's Creed, die die ganze Zeit so rumwackeln. Hier ist es konstant. Kachunga. Ah, komm, komm. Nee, der Franz. Der Franz. Franzbrötchen kenne ich nur, aber den Franz als Fußballspieler kenne ich nicht. Tut mir leid, dann müsst ihr mir schon den Franz vorstellen. Na gut, mit Freiburg kenne ich mich jetzt nicht so aus. Hm, komm. Hier hoch und dann kann's mal laufen. Äh, komm. Oh. Hallo? Aber das ist kein Faul, Mann. Äh, es war leider ein Ballbesitz, der rechtmäßig war. Sonst hätten wir da auf Fall, äh, Faul, nicht Fall, auf Foul plädoyieren können. Aber leider war es halt nicht so. Komm. Steilpass dahin. Na, Kachunga hat leider nicht geklappt. Schade aber auch. Äh, hätte echt gut klappen können, aber Wusch, Darida hier als Gegenspieler haben wir den. Äh, leider nicht. Leider nicht geklappt. Irgendwie ist diese FIFA-Melodie, äh, gerade so leise. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich hab das in den Sound-Anstellungen noch nicht zurückgestellt, als ich das irgendwann mal leiser gemacht hab. Kachunga. Und Kachunga rennt. Er rennt. Und, und. Nee, Kachunga nix. Nix, Kachunga. Nix. Schade. Schade. Gut, äh, zu Lechner am Ball. Schmied. Schmied heißt er? Hallo, Herr Schmied. Rupp. Äh, achso, nee, gar nicht. Ich verliess mich immer bei den Spielern. Gehen wir jetzt zu Lechner am Ball. Die Freiburger möchten angreifen. Aber, Ziegler stoppt. Aber, Günther leitet einen. Oh Gott, Günther kann nix Gutes sein. Das weiß ich ja schon von meiner Schule. Da gibt's eine Lehrerin, die so heißt. Und, die ist gar nicht gut. Ja, haha. Ähm. Spiel mal, Ziegler. So, Kachunga. Nö, äh, äh. Ah, ich raste gleich aus. Klauen wir doch nicht immer den Ball. Alter, ey. Schmied gegen Bertels. Guedé gegen Rafa und Vemma und Vrancic. Nein, 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 nein. Das kann gefährlich werden. Das könnte gefährlich werden. Einmal noch geklärt von Hartherz. Er hat halt ein hartes Herz. Und deswegen, ähm, gibt er sich alle Mühe, den Ball auch, ähm, da rauszukriegen. Ja, damit, so. Darida ist am Ball. Darida, der, der fällt mir irgendwie hier die ganze Zeit auf. Hm. Nicht, dass der noch ein Tor macht. Sollen wir ja nicht. Uh, der Kruse kommt raus, fängt den Ball und hat alles wieder im sicheren Bereich. So gefällt mir das. So muss ein Torwart sein. Und, aua. Alter, was macht der immer mit meinem Kachunga? Oh. Ah, Mann. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen schwer geworden, aber wir schaffen das. Ey, nein. Guedé. Uh, der Guedé spielt und, äh, äh. Ja, noch gekriegt. Kachunga rennt. Und, komm, rennst du, rennst ein bisschen, ne? Ein wenig rennst du mal und, ähm, dann, dann kann es halt auch noch was werden, hoffe ich mal. Hm, die, die sind, hallo, das war ein Foul. Ja. Schade eigentlich, sonst hätten wir da ein bisschen weiter rennen können. Aber es gibt die gelbe Karte gegen, gegen wen gibt's die? Ja, wir werden es mal sehen. Gegen Sascha Rieter. Rieter, ah, den kenne ich aus Ultimate Team. Da habe ich den mal gerne, wenn ich ein Deutschland-Team gemacht hatte, habe ich den mal gerne als Alternative für Philipp Lahm oder so. Die billige Alternative. Und, und, äh, 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 schade. Da wollten wir eigentlich mit dem Kopfball rein, aber leider nicht gepackt. Schade. Wir wissen, dass wir für den Kopf, für den Freistoß eigentlich immer eine gute Überraschung sind als Paderborner hier. Das kann was werden, muss es aber nicht. Ne. Was haben wir denn? Und, Darida schon wieder. Was will dieser Darida? Na gut, vielleicht fällt mir der nur so auf, weil der Kommentator immer sagt, Darida, Darida, wenn er am Ball ist. Na gut. Es ist zwar leise, der Kommentator, aber man hört ihn dennoch. Man hört ihn. Es ist zwar leise, aber man hört ihn. Und es macht den Unterschied. So, einmal ein steiler Pass. Und, 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 Kopfball. Wuuh, geschafft. Es ist 1 zu 0 für den SC Paderborn gegen den SC Freiburg. Und wer hat es gemacht? Vrancic mit dem Kopf. Einfach, bam, und drin war er. Und, ja, ging ja schneller als gedacht. Hm. Es ging echt schnell. Gut. Und, hier sehen wir nochmal das Tor. Und, ja, es war, mehr oder weniger. Glück, aber, doch, sein erstes Tor im deutschen Pokal. Vrancic. Ich danke dir. Damit führen wir jetzt 1 zu 0. Gefällt mir. War eigentlich nicht so geplant, aber, ja, mal muss man auch ein Tor machen, was ungeplant ist. Tore sind ja eigentlich nie geplant. Sag ich mal. So, und es geht direkt weiter mit einem Kontor von dem SC Freiburg. Der will hier natürlich jetzt schnell den Ausgleich erzielen. Damit er nicht mehr so im Keller da steht. Und, äh, hier zurücklegt. Äh, GD. Oh, 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 oh. Das kann gefährlich werden. Das dürfen wir bei keinen Umständen hier jetzt tun lassen. Darida. Ich hab gesagt, der will ein Tor machen. Schmied. Und schon wieder Darida. Jetzt will er auch mit dem Kopf kommen. Aber da hat unser Verteidiger gut geklärt. Und Kachunga. Er will, er will es. Er möchte sein Tor machen. Elias Kachunga. Und er ist ambitioniert und möchte es. Aber leider hat er da wieder verloren. Leider haben wir da auch kein Gegenspieler, äh, kein Mitspieler. Ja, und da steht es 1-0 zur Pause für den SC Paderborn. Mehr oder weniger glücklich, aber dennoch hochverdient, würde ich mal sagen. Bayern führt 1-0 gegen Gladbach. Wolfsburg 1-0 Frankfurt. Deshalb auf 2-0 Darmstadt. Augsburg 1-0. Schalke 3-0 gegen Bochum. Red Bull Leipzig 1-0 gegen Hertha. Ai, 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 ai. Das ist doch der Verein, der hier mit dem, äh, kennt ihr ja. Der wird ja gepusht mit seinem Gate von, äh, Red Bull, ne. Wenn er Bremen für den 1-0 gegen Golta führt. Und ich nehme keine Änderung vor. Wir gehen direkt so weiter in die zweite Hälfte. Dann schauen wir mal. Gede macht den Anstoß mit zu Lechner. Ich glaube, Gede ist, äh, oder Gede ist, äh, der, der hier eigentlich der Stürmer ist. Aber der Rieder kommt hier immer mal wieder zum Vorschein. Als der, der hier was machen möchte, wenn er spielt auf Stoppelkamp. Spielt auf Kachunga. Oh. Ich will den Ball haben, aber. Leider nix. Schmidt. Hä, jetzt sagt der Schmidt. Vorne hat der Schmidt gesagt. Und jetzt sagt der Schmidt. Hä, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Darida. Äh, äh, äh. Darida lassen wir nicht durch. Das. Jo, abseits. Das, ähm, das ist auch gut, ne. Abseits. Hat er hat es. Spielt auf Rupp. Spielt auf Ziel. Oh. Da ist leider der Fehlpass passiert. Und jetzt kann Klaus. Oh. Das, das war knapp. Wieso hat der einen Spieler, der Klaus heißt? Haha. Der Klaus. Oh, der Klaus. Oh, ja, ja. Der süße Klaus. Ne, das ist so ein Klausi, ne. Aber. Naja, der Klaus ist keine wirkliche Gefahr, ne. Würde ich mal so sagen. Oder? Will, der Klaus macht gleich ein Tor. Dann bin ich aber, dann bin ich aber baff. Wenn der Klaus jetzt gleich ein Tor macht. So, der Raffa spielt auf Kachunga. Der ist natürlich vorne wieder, keine Anspielstation. Leider hat man da vorne in dieser Formation, die ich spiele. Da muss man sich mehr oder weniger immer so aufs Mittelfeld verlassen. Leider ein Foul. Es wird gewechselt. Wer genau? Sahin. Ja. Sahin kommt für GD. Das könnte jetzt noch gefährlich werden. Bei GD war er mehr oder weniger ungefährlich. Aber ich weiß ja nicht, wie dieser Sahin ist. Das ist nicht der Sahin von Dortmund. Sondern einer, der mit SCH geschrieben wird. Und ich glaube, dann kein Türke ist. Oder? Ich weiß ja nicht. Und wir müssen den Ball aber jetzt mal aus unserem Strafraum rauskriegen. So. Hallo, lauf doch mal. Och, ey. Ich wollte gerade den Ball zuspielen. Aber der läuft ja nicht. Dann kann ich auch keinen Steilpass spielen, wenn der nicht läuft. Der soll mal laufen. Wer war das denn? Schielemann-Kotsch. Das sehe ich von hier. Dass es Schielemann-Kotsch ist. Was war das denn für einen Schuss? Ich weiß, Darina. Du möchtest ja unbedingt ein Tor erzielen. Aber mit solchen Schüssen, da kann das nichts werden. Uiuiui. Das war knapp. Ich wollte den eigentlich nach unten passen. Aber ja, das ist nichts geworden. Oh, Kaschunga. Spielt mal auf Rupp. Oh. Hallo? Das war ein Foul. Gibt es eine Karte? Ne, leider nicht. Spielt mal mal da hin. Auf Rupp. Der spielt auf Vransic. Und mal ein Kopfballversuch. Normal von Kaschunga. Leider abgeblockt. Spielt mal nach oben hin. Nach Bertels. Bertels. Oh. Ne. Hallo, Mann. Schade. Da wurde er leider zu Fall gebracht. Und dann ging es natürlich nicht mehr weiter. Der Klaus. Och ja, der Klaus. Ich habe dich beleidigt. Und jetzt willst du dich rächen. Naja, beleidigt nicht. Aber ich habe dich ein bisschen genutzt. Und jetzt willst du mich auch ärgern. Der Klaus. Der gibt jetzt alles hier. Rita. Oh, Rita. Der Verteidiger könnte einen guten Kopfball spielen. Aber mach das. Naja, unser Kruse hat ihn sicher. Der hat ihn. So. Kopfball. Im Kopfball sind die schon ganz gut, muss ich sagen. Das ist ordentlich, was die da immer an Kopfballleistung ablief. Wenn wir nicht nur das ein oder andere Tor machen, dann ist es ein bisschen langweilig. Sahin. Ich habe die Flanke nicht zugelassen mit Hartherz. Er bleibt ein hartes Herz. Tut mir leid. Da wollten zwei Spieler. Sind gegeneinander gelaufen. Und Bertels. Alter. Da ist der Kopfball drin, ne? Wie, der ist jetzt von Klaus. Freis. Freis? Den habe ich aber vorher noch nie gesehen. Sebastian Freis. Mit dem Kopfball. Gleich aus für den SC Freiburg. Alter. Nein. Klaus. Oh, der Klaus. Oh, gut. Boah, der Klaus, ey. Und da Freis war völlig unerwartet. Weil ich Freis eigentlich auch gar nicht auf meinem Zettel hatte. Ich hatte immer nur Klaus, Klaus, Klaus. Und da Rieder. Aber Freis. Scheiße aber auch. Hartherz. Komm. Komm, du kriegst den mal. Schön. Jetzt müssen wir wieder offensiv ein bisschen was zeigen. Und sonst wird das hier ein Schuss nach hinten. Schmidt. So, ich will den Ball. Und ich kriege den jetzt auch. Und Kachunga. Ich weiß nicht, ob ich Kachunga vielleicht auswechseln sollte oder nicht. Oder, ich weiß nicht. Oder wir laufen jetzt. Wir durchlaufen den jetzt mit Kachunga. Ganz einfach. Und. Wuuh. Ilias Kachunga. Er zeigt mal wieder, was er kann. Und. Ja, anscheinend kann er das hier. Ja. Das ist 2 zu 1 für den SC Palaborn. Ilias Kachunga mit so einem geilen Schuss mal wieder. Zack. Und den hätte man eigentlich auch halten können. Oder? Na ja, gut. Ein bisschen Glück, aber. Das ist auch sein erstes Tor im deutschen Pokal. Oh, Rupp hat sich verletzt. Das tut mir leid. Aber auswechseln? Ich weiß nicht. Die ersten, die letzten Minuten ist halt ein bisschen doof. Würde ich mal sagen. Oder lohnt sich ja eh nicht mehr. Schmied. Äh. Nein. Nein, 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 nein. Wuuh. Es war abseits. Ich sagte schon. Na gut. Wenn wir so wollen, dann nehmen wir halt Rupp raus. Nehmen, nehmen Quali dafür. Und dann nehmen wir Meha, war das glaube ich, ne? Der noch so gut war. Meha für Vrancic. Und dann haben wir natürlich auch wieder schön die Offensive gestärkt. Wovon ich ja jetzt nicht ausgehe, dass die jetzt noch ein Tor schießen. Ähm. Ich weiß ja jetzt nicht. Ich hoffe es einfach mal nicht. Darida. Uiuiui. 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 Aber. Kruse hat den Ball sicher. Er macht den Abstoß aufs Schülermann. Kotsch. Hallo? Der, der wurde, der wurde voll umgeschubst. Muss ich mal hier zu Recht sagen. Aber. Hallo? Oh. Gut, dass du den gekriegt hast. Sonst wäre es ein bisschen gefährlich geworden. Ines Kachunga. Er rennt mal wieder. Komm. Willst du noch das Zweite machen? Komm. Kachunga. Und er rennt. Er rennt. Er rennt. Und. Ja. Da hat der geklärt. Und dabei bleibt es bei dem 2 zu 1 für den SC Paderborn. Und wieder einmal war Ilias Kachunga schuld an unserem Sieg. Wie fast immer. Ja. Es war Schalke 5 zu 0. Mein Gott. Danke Chef. Hallo Trainer. Ich weiß meine Rolle in diesem Verein zu schätzen. Und ich werde weiterhin versuchen immer das Beste zu geben. Danke, dass sie mich so oft einsetzen. Natürlich. Gerne. Das ist dir verdient. Pressekonferenz. Na gut. Na gut. Wir haben es geschafft. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel bei Hertha BSC wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel bei Hertha BSC wieder.